Jetzt im Angebot hier von Nick Jordan Couture, der Jordanoff Flachmann, den hat man jetzt immer dabei, das ist die Gürtelschnalle, die Flachmann Gürtelschnalle und dann kann man den Gürtel abmachen und hat dann hier den Flachmann und der Flachmann wird natürlich gefüllt. Ja, Nala, mit Jordanoff Wodka. So könnt ihr jetzt also hier die Gürtelschnallen bestellen und das Beste, den Flachmann kann man einfach rausnehmen. Also hier der Flachmann und hier die passende Gürtelschnalle und dann hat man immer 10cl Wodka dabei. Nicht zu vergessen für jede Party Dubaco Elektroshisha und ganz neu im Angebot die Luxus Energy Drink Dosen, die sind mit echten Swarovski Kristallen und kosten 100 Euro. So, los geht's. Also Flachmann, Gürtelschnalle, Gürtelschnalle als Flachmann und los geht's zum nächsten Autobahnrennen. Ja, ja, Gunparm Racing.